So, die Damen, wir haben eine gewarte Runde für Sie. Das ist gut, wahrscheinlich haben Sie später noch viel Arbeit, ein bisschen Adeline hält. Das Herz ist auf jeden Fall jung und ist gut für die Durchblutung. Deswegen, wie ich sage, starten wir das Ganze jetzt. Jetzt geht los. Die Damen, denken Sie dran, wir haben das in Falten keine Chance, vor allem kein Lachfalten. Jetzt geht's los. So, ich muss erst mal ganz entspannen, warum ist das ein Gewinnen? So, dann wollen wir mal, hier geht mal ein bisschen Gas. Die Damen, hören wir gar nicht mehr auf zu lachen, so muss es sein, Lachen ist gesund. So, dann wollen wir mal, auf Wiedersehen, wir heben auf, es geht nach oben. Die Damen, machen Sie sich bereit. Drei, zwei, eins und Abschluss. Jetzt ist es so schön, da gleich noch einmal. Drei, zwei, eins und Abschluss. Und die Sache, wir lassen Falten keine Chance. So, ich darf jetzt schauen, wie Frischer 18. So, die Damen, die Tourgaben, wir machen heute eine kleine Verschlossmose, kurze Gesichts von Holle. Die Tourgaben, gleich geht's weiter. Alles klar, dann wollen wir alle, wir geben nochmal ganzes Geluss. Ganz entspannt in die Ruhe, liegt die Kraft bei dem schönen Wetter. Einfach mal abhängen. Die Damen, machen Sie sich bereit. Drei, zwei, eins, drei, zwei, eins. Das hab ich gehört. Das ist noch letzte Runde, Endport, Finale, Totale. Ich sag mal, das Karussell mit der guten Laune-Garantie. Also, so gut gelandet Menschen vor der Arno, wenn sie mal selten. So, wir haben es geschafft. Das war auch schon in Brüffung. So, mach ich nur mal standen. Wir haben die Zulando gemacht. So, schnell die Frisuren richten, der Tag ist auf, ja? Wir haben es geschafft. Neue Runde, neue Reise auf ein neues Auf geht's. Das war auch schon in Brüffung.